Ich komme öfter nach Flandern und bin dann immer mal in Ghent oder in Antwerpen. Und jetzt habe ich diese Stadtmuseen entdeckt, weil sie nicht nur etwas über die Stadt vermitteln, aber auch als interessante Gebäude für mich, also mich anziehen. Und vielleicht ist es auch so, dass ich, wenn ich in Berlin bin, habe ich ja nun schon die große Kunstausstellung und die suche ich in Flandern nicht mehr. Ich will jetzt wieder zurück mehr über die Städte selber erfahren. Und sie gestalten ihre Ausstellungen natürlich jetzt auch viel moderner als früher mit allen möglichen Medien, sodass mich das auch fasziniert. Zum Beispiel im Museum in Ghent läuft man über den Stadtplan in Glas, projektiert. Man ist schon unterwegs in der Stadt und jedes Mal, wo man irgendwo stehen bleibt, fragt man sich, ja, wo stehe ich hier? Das fand ich zum Beispiel ein sehr schöner Auftakt in diesem Museum und das hat mich dann gelockt, weiterzugehen.